Schaut euch in der Werft um. Linem hat gerade erst eine frische Lieferung entladen. Warnt sie vor dem Angriff, wenn ihr sie seht. Sie ist so eine zarte Echse. Ich möchte nicht, dass ihr etwas zustößt. Mhm, und das werde ich. Ähm, danke. Tja, das war mal irgendwie doofe Information. Zarte Echse. Naja, naja. So. Kann ich trotzdem mit dir handeln oder sowas? Wie weg. Bewahre uns. Das Bündnis fällt über die Küste her. Da haben alle Angst. Es ist meine Pflicht, eine Straftat zu verhindern, bevor sie begangen wird. Äh, ist schon ein Wegschrank. Sehr schön, den werde ich auch gleich mal für mich erobern. Ich bin sowas... Ohhhh... Hallo? Ich nehme deine Macht mir auf. Oh, Himmelsscherbe. Eine von dreien. Hm, kacke, Mann. Ich brauche noch mehr. Mehr Himmelsscherben. Irgendwo sind natürlich noch welche, aber... Hier werde ich, glaube ich, keine finden. Nee, es wäre ungewöhnlich. Achso, muss es hier wenigstens einen verkackten Händler geben? Es gibt es doch nicht, dass die nicht handeln. Seid ihr so handelsunwillig, oder was? Oh, hier ist es ja... Nichts, gar nichts. Nicht ein einziger hier? Ich kann das nicht akzeptieren, dass es hier keine Händler gibt. Es muss irgendwo Händler geben. Ich muss einfach mal gucken. Vielleicht hier, was ist das für ein Gebäude? Burg der Feste zieren. Okay, das ist eine Burg. Okay, es muss aber ein Handelshaus geben, oder sowas. Gucken wir mal, was ist das? Ja, genau. Bricken wir erstmal die Geräten dabei. Was ist denn das hier? Vielleicht das ist ein kleines Handelshäuschen. Turm. Tolle Wurst. So ein Turm bringt mir mal gar nichts. Gibt es echt keinen einzigen Händler? Das ist sowas von unnatürlich. So, mit einer... Mit einer Gegend, wo man nicht handeln kann. Das ist zwar... Ich wollte gerade schon sagen, das ist garantiert noch ein Turm. So, und hier, was bist du? Okay, schon mal gar nichts. Herrenhaus. Ich kann auch keinen fragen, ne? Hier beantwortet mir keiner irgendwelche Fragen. Ihr seid alle Sashis. Ich will doch nur handeln. Gibt es denn jemanden, der handeln möchte? Ich weiß nicht, ob ich was anderes wegwerfen kann. Verbrauchsküter. Ach, komm, wir fahren das weg. Ja, okay. Jetzt habe ich aber genug Platz, oder? Ja, endlich. Ich habe keinen freien Platz mehr. Es gibt es nicht, ne? Einen weiteren freien Platz. Was habe ich denn noch? Hirse. Ja, gut. Hirse kann auch weg. Und ich habe, glaube ich, eben irgendwas gefunden dabei. Ja, oh, Hohenstein. Aha. So. Ich würde eigentlich... Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn alles? So, das ist nicht von mir. Ist von mir. Nicht. Also, ich könnte Tauzo oder Kopf machen. Schultern. Taille. Ich würde sagen, Tauzo ist gut, ne? Tauzo ist echt gut. So. Äh. Genau. Eisenkürrasse. Hm. Ich denke, das ist schon ganz okay, ne? Oh, ja, ja. Das kriege ich hin. So. Genau. Und dann machen wir noch mal einen Kopf mit dazu, würde ich sagen. Ja, ja. Das ist okay. Ach, jetzt habe ich da nichts mehr her. Weil hier keiner was verkauft, kann ich das natürlich nicht benutzen. Bäh. Hm. Sollte ich es wirklich warten? Wagen? Äh, nein, halt. Ich möchte es nicht verwerten. Aufwerten, genau. Wenn ich jetzt das, was ich selber hergestellt habe, aufwerten möchte, Chance 20%. Ja, ich bräuchte davon mehr, am besten so vier, fünf Stück, da. Fuh, 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 fuh. Ach, warum sollte ich denn da auch was haben? Äh, jetzt muss ich da wieder hin zurücklatschen. Ich will da noch gar nicht hin. Hallo. Hallo. Wenn ihr hier keine Hände habt, was macht ihr denn hier? Ist das einfach wirklich nur so eine gammelige Festung? Ich mag mir das gar nicht vorstellen, aber ich glaube da, in diesem kleinen Kaff, in diesem kleinen Dörfchen hier unten, wo ich jetzt hingehe, dieses Fischerkaff. Ich glaube, da gab es doch etwas. So. Okay. Auf die Truppen des Bündnisses werfen. Ah, nee, nee. Ah, okay. Okay, es funktioniert schon mal. Mhm. Wunderbar. Da hinten ist noch einer, glaube ich, ne? Nee. So, hat die auch noch. Sehr gut. Die machen hier echt alle platt. Sehr schön. Hat sich hier gelohnt. Hm, wir gucken, kann ich die vielleicht noch mitnehmen? Äh, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ey. Auf jeden Fall habe ich jetzt garstige Netsch, die ich dressiert habe, als meine Killer-Elite. Oh, 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 nee, den möchte ich nicht dressieren als Killer-Elite. Äh, aber hier hinten ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas. Ja, da hinten ist irgendwas. Vielen Dank.